und damit willkommen zurück zu wowzone so in dieser mission die ist ein bisschen knifflig zum original tier ist kein problem aber in der mod ist einfach nur zum kotzen wie man sehen kann es ist die schön so kommt man damit so müssen wir sagen mal die chemietanks zerstören und auch die ganzen äh chemischen komponenten die not hier aufgebaut hat weil diese mission kämpfen wir sagen wir gegen ja wie soll ich euch sagen ja gegen dauerhaften angriff von chemie raketen das ist echt nicht ohne hier und so kommt doch ein massen angriff von not mit so weg hier immer schön wird auseinanderbauen versteckt euch mal hier vorne diese mission die ist einfach nur zum kotzen ja wo knallt sie drauf ich weiß es noch nicht und nein nicht das blaue nicht das blaue nicht das boah wo willst du hin kollege deine basis platt weg mit dir natürlich wird er den beschissenen weg so ein bisschen strom nachbauen weil ich höre jetzt schon dass not massiv angreifen wird ja natürlich so muss lange hier weiter guckt mal mit ich brauche euch quetschen, quetschen, quetschen oh nein scheiße genau deswegen hasse ich diese mission genau deswegen die ist einfach nur zum kotzen wie auf die hier in dieser mission nochmal die chemische rakete bekommen das ist nicht normal das ist jetzt so ich habe hier geld genug was machst du hier ich muss in dieser mission verdammt schnell bauen wir speichern das mal es läuft noch gut noch ist es gut ich weiß wie viele anläufe ich hier schon gebraucht habe einfach mal reparieren das kann nicht schaden immer das gute eieieieiei haut mal ab deswegen groß rum nicht bauen das ist schön viel platz dazwischen wir bauen noch einer wir brauchen nur titanen nur titanen hä ok ich weiß zwar gerade nicht was ich da angerufen habe aber alles gut so ein bisschen strom hinterher also flugabwehr weil ich weiß ganz genau was hier los ist not greift irgendwas an ich weiß ach du scheiße was ist denn hier passiert tor auf tor zu tor auf tor zu Leute soll das gute zeug sammeln mit diesem billigen geramsch mit komm mit komm mit komm ja das war klar das war so klar deswegen brauche ich auch so viel hier sagt mir bleibt noch wer fehlt kommt mal mit Zwischen Komm mal mit Das fehlt mir irgendwie Das von Tiberium Wars Dass man sofort mehr Einheiten bauen kann Oh, Not greift an Ach nein, nicht schon wieder Das hier muss man auch so verdammt schnell sein Überrennt sie Geht doch Wo kommen die auf einmal her? Das ist irgendwie Oh, das ist so ärgerlich, ne? Das ist so ärgerlich hier Oh, Leute Matsch So, ist auch ein scheiß Sammler Und es hört nicht auf hier Boah, hier ist was Hier ist was los, Leute Ja, und so wird meine Basis nicht mehr gemacht Oh, oh Also manche Missionen sind wirklich unausgereift, ne? So übertrieben Und das halte ich auch nicht für normal Ach, den lassen wir mal hier Hey, ihr solltet ihn ganz kaputt machen Oh, weia, oh, weia, oh, weia Das halte ich für gar nicht gut Leute, es sind so viele Sammler hier, ne? Oh nein, nicht schon wieder Das war so klar Ich hasse es Ich hasse es, was Nord hier macht So ein Scheißer Der muss, dagegen musst du anbauen Die ganze Zeit Von da hinten, ne? Von da ganz hinten Das kannst du keiner zählen Oh man, das kann noch richtig lustig werden Kommen wir irgendwie hier durch? Oh man, dass ich das hier kaputt machen muss Ich glaube nicht, ne? Leute Was ist mit euch los? Oh man Das war ja klar Lasst meine Kreatur in Ruhe Alter, du bist doch scheiße Oh, 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 oh Das kann doch richtig teuer werden Guck mal mit Oh nein Och, was ich nicht verstehen kann Was ist hier da passiert Ein bisschen Ruit Geht da mal weg Ach, also halten die Waffenabriken nichts aus hier Schön Fahrt dann nach unten Bitte Nein Die ist frisch Das ist renoviert Ach, ihr könnt mich doch mal marschen So, kannst du doch hier nichts erreichen Aber die sind direkt wie Syroiden Muss der Kammerjäger wieder eintreffen Anscheinend Habe ich nicht Oh, Service Depot Service Ich brauche Service Ganz dringend sogar hier Was macht ihr hier oben? Habt ihr nur scheiße in der DNA Und drauf Oh nein Die ist doch gerade neu Nein Oh, das ist so ätzend hier Wie kann das denn sein? Insequition Founds Das kannst du kein erzählen So, mit meinem Lager weiter Weil hier ist Sehr viel Boah, das Ziberium ist jetzt hier so stark verbreitet Also das ist hier in Warson zwar gut Aber Es ist immer ein Aber Oh, aufmerksam Sollten wir alle vor der Haustür Oh nein Das wird teuer Das wird so teuer Genau, dann sollen wir uns mal hier weiter Hat einen Vorteil Wir bekommen immer neues Tiberium Das ist nur der eine Vorteil Boah, Leute Fahrt doch da weg Gut, die waren so viele Sollen wir hier am rumeiern sind Die bekommen nichts auf der Kette Boah, das wird eine richtig interessante Mission So, wo brauchen wir schon Schon wieder Ist bewusst, dass die irgendwann kommen Komm, bau schneller, schneller Los, 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 los Wir brauchen die Abwehr Oh, und Butterborn Eieieiei Also Nod setzt uns sowas von zu hier Wollen wir mal hier sammeln Mitkommen Wagt es ja nicht hier durch zu laufen Wenn ja, habt ihr es verdient Kaputt zu gehen Platt machen Schon wieder So, wir gucken mal Ein bisschen vorfliegen So, nein Was ist der Nacht bei diesem chemischen Waffen Was denn los hier Seht zu, dass ihr hier abliefert, Leute Das kann da wohl nicht wahr sein Ich glaub's ja nicht Dafür reiß ich noch den Arsch auf Also die Mission auf Schwert ist echt nicht ohne Sag ich auch so wie es ist Also das ist echt nicht ohne Das ist auch hier Ist nicht extra eingestellt Es ist wirklich nicht ohne hier Schnauze ran Auf den billigen Plätzen Nicht schon wieder Gut, dass ich euch hier oben habe Wenn ich die nicht hätte Ah, Nod greift ja mit massiven Truppen an Das ist gar nicht wohl Guck mal wie viele Leute hier sind Das ist der Wahnsinn Genau, kommt hier hin Kommt hier hin Ihr macht doch nicht das Was ich euch befehle, na Nur das, wo auch ihr gerade Bock habt Schon geil Ja, es ist lustig, dass wir wieder hier drauf gehen Oh weia Das wird noch echt lange werden hier Und Sammler kann ich so viel haben, wie ich will Also die machen Nicht das, was ich möchte Kommt mal mit So, ein Erbauwerk Oh nein Kaputt Ich baue ja schon nach Ich bin schon dabei So, mit der ersten Welle greifen wir es mal an Das muss auch mal irgendwann ein Ende haben hier Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon Kommt schon, drauf, 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 drauf Ach du scheiße, was ist denn hier los Das ist gar nicht mehr lustig Böse Wahrscheinlich Also die bleiben zur Basisverteidigung hier Das steht schon fest Okay, die nehmen keinen Schaden Interessant Ey Ach du scheiße Das ist noch so stark angreifert Das hätte ich echt gedacht Muss das sein Na toll, da bröselt Mal Kraft mit dahin Schon wieder Wie schnell das kaputt geht, ne Das ist Wahnsinn Was hier für Film abgeht Das kann mir auch dann erklären Sammelt mal außerhalb Und ich weiß gar nicht wie viel ich davon bauen soll Bauen wir ein paar Wolverines Ein paar ist gut Ein paar wohl mehr Ich überlege was die an Verteidigung umstehen haben Heftig Mitkommen Kommt ihr hin, oder? Ey Das ist mein Venomonstern Ruhe Boah, ey Das geht mir so auf den Sack hier, ne Wieso kann ich mich hochpushen durch die Viecher? Es wird so einiges leichter machen hier So, ihr geht mal mit hier hoch So, nochmal ein paar davon Oh, oh, oh Das wird eine lange Mission werden Normalerweise kannst du die so durch rennen Wenn du die passenden Einheiten hast Süß Genau Wenn du auf dem Fresse dann richtig ne Na, nicht ohne die KI Attentäter Ach du Schande Mach's doch noch spannender hier Wie kann das denn sein, Leute Ey, sag mal Macht überhaupt eure Arbeit Was soll man noch für Einheiten Ich weiß es grad gar nicht Das ist so traurig Haut ab Ah, das ist überhaupt nicht gut Das ist überhaupt nicht gut Das ist überhaupt nicht gut Scheiße, ey Ich hab das gemerkt Ja, ich weiß Das hat leider gar nicht mehr Große Verluste Wie hab ich doch gesagt Wieso greifen mich nicht alle an Mitkommen Leute Ach nee Jetzt bewegen sie sich alle weil es zu viele Einheiten sind. Ach du Scheiße. Oh weia, das wird noch richtig interessant hier. So ein bisschen Platz machen, wieviel Tiberium haben die überhaupt? Das ist die nächste Frage, wieviel haben die? Hups, Hups, Hups. Ich weiß, ich muss das ja wieder reparieren. Ach das war die erste Sperre, ha, 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 da ist ein Obelist, ja schön. Ist das nicht schön. Ist hier was los, ey, ich glaub's ja wohl nicht, ey, meine Güte, das kann's doch keiner erzählen, wieviel Verlust ich hier habe. Normal ist das nicht. Wie geht's denn erst in der Notbasis weiter? Das muss man mal erklären, wie geht's denn da erstmal weiter? Das ist wieder noch schlimmer. War klar. Zuerst waren sie hier kaputt, dann waren sie da kaputt. Ach du Scheiße, ey. Oh, 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 das wird ein ganz ganz harter langer Kampf. Unit, ready now. We're coming out. Oh, von Video her, also. Pfff. Ich weiß nicht, die Situation ist erstmal entschärfend. Aber vollkommen alles. Das ist echt nicht normal. Also ich würd echt gerne wissen, wieso man das so getriggert hat hier. Die ist ja mehr als brutal, die KI hier. Ich mein, gut, das hab ich mir zwar immer gewünscht. Eine brutale KI, die auch gut mithalten kann. Wenn wir einheiten sind wir hier in Massen produzieren. Produziert die auch in Massen. Sehr interessant. Das kennt man ja so von keinem C und C. Außen man spielt jetzt den Skirmisch. Dann hast du eine KI, die natürlich richtig zur Sache geht. Aber jetzt hier in... Mal im Gefechtsmodus. Also Missionsmodus, jetzt mein ich jetzt hier. Das ist was ganz anderes. Gehst du wohl darüber? Hab ich es so aufnahmlich erlebt hier. Immer mitkommen. Immer mitkommen. Immer mitkommen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ah, nicht du. Boah, die krieg ich dann doch gar nicht. Ach du Schande, ey. Ich bin bereit. Mh, man könnte sich bis oben ausweiten. Der geht jetzt kaputt. Silberschuld. und ach so, Schädlingsbekämpfung gucken, was wir hier durch erreichen können ja gut, das wäre schon mal etwas Feuersturmgenerator, den brauchen wir wirklich hier weil ohne Christus teilweise nicht gebacken so oft wie der die Raketen am abfeuern ist das ist ja echt nicht mehr normal warte, lass mal, guck mal ich glaube, die Schrieker, die brauchen wir gar nicht ja, Leute, der Mist auch egal das meine ich hier schlecht gucken, ob es hilft ich will es hoffen wir laufen mal ein paar mit boah, ein Glück anstrengende Mission ich weiß auch gar nicht mehr, was ich so richtig hier sagen soll weil es aber nur so ein Kotzen ist ich kann es doch nicht mehr auf irgendeinen Hotkey setzen das ist das Problem das ist das Problem muss ich noch nie einsetzen das Ding an der Mission aber hier lebenswichtig du kannst nicht mehr hier in Ruhe arbeiten, das ist das Problem man ist immer so drauf bedacht wenn die nächste Rakete kommt ja, das Ding ist auch Gold wert so, geht mal hoch man weiß ja nie, man weiß ja nie boah, Alter das ist so zum Kotzen hier das ist einfach nur zum Kotzen wie wird denn die letzte Mission werden das wird ja richtig Kopfschmerzerei du kannst ja gar nichts mehr machen das Level da hast du nicht was damit du nicht dass du hier du weißt und leisen So, dann machen wir da oben weiter. Das blaue Bitter. So viel da, Leute, ne? So, die nächsten. Ein bisschen Flugabwehr bauen. Die kommen schon wieder angeeiert. So schwarze Hand hier in diesem Spiel, das ist einfach nur der Horror. Dazu kommen noch die Langstreckenlaser. Der will's echt wissen hier, ne? Der will's echt wissen. Keine gute Idee, mich vor den Panzerreifen. Boah, das hört ja nicht auf. Dieser Strom an Leuten, ne? Das ist Wahnsinn hier, das ist einfach nur Wahnsinn. So noch nie gesehen. Die ganze Armee ist zerstört. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich darf flüten, da werbe ich hier. Ach, hey. Anstrengend. Hoch mit euch. Ja, es ist ja nicht viel aushalten, das war ja klar. So, wollen wir direkt mal hier vorne. Ach, hier oben, na. Ach, da kann ich ruhig etwas ausrichten. Firestorm-Defense offline. Unit ready. Sir, good ass now. Unit ready. Yes sir, guys. Unit recording, good ass now. Unit boss. It's been really recording. Unit recording, how did it go? Face under time. You did it on the floor. You did it on the floor. You got it, Firestorm. Was der Scheiß, wie Seroiden. So eine Ratze, muss ich auch noch kümmern. Use the Red. You got it, Firestorm. You got it, Firestorm. You got it. Get it, Firestorm. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Es ist gar nicht gut, wenn ich das höre. Wieso kommt so wenig Geld rein? So, wieder 5000. Bedienen sich alle daran. Kann ja auch nichts werden. Oh, wenn wir es mal wieder speichern. Meine Fresse. Ich verlege, das erste Mal gespeichert haben wir. Wir sind schon... Boah. Über eine halbe Stunde dran. Ja gut, wird eine lange Folge vor euch werden, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es echt nicht ändern. Die Mission ist so. Also, keine Ahnung, was... Was? Wir schalten hier um. Ups. Da ist nämlich das Problem. Das Teil ist nämlich ganz hinter der Nähe. Das ist doch schön. So, davon wieder ein paar... Hiervon wieder ein paar. Wo ist denn der Dumme-Drecks da? Und die nächste Truhe Als wenn ich es geahnt hätte Ja, bau dich mal ruhig auf, so eine Scheiße, kommst du hier nicht durch, du kommst hier nicht durch Das ist so heftig beschützt Das ist ein Scheiß-Transporter Jetzt gehts wieder los hier, jetzt gehts wieder los, jetzt drehen sie wieder vollkommen am Rad Mit hoch Diese Scheiße muss weg Wird man gerne wissen, wie viele Einheiten, die wir nachher hier zerstört haben, verloren haben, das würde mich wirklich mal interessieren Da mogeln sich ein paar Einheiten dazwischen Die ganze Scheiße muss hier weg Das ist schon mal weg Thomas gibt es sogar mit dazu Boah, ich will nicht wissen, wie die letzte Mission hier geht Ja, ich habe noch ein paar Lüge Ja, ich habe noch einen Schiff Ja, ich habe noch einen Schiff Wir sind hier Ich habe noch eine Waffe Die Karte Ja, ich habe noch einen Schiff Ja, ich habe noch einen Schiff Ja, mir ist, wir haben noch einen Schiff überfahrt sie einfach wow wie viel die ankommen kommt schon halt den scheiß Strom ab Leute komm wir haben schon die nächste Fuhrer Strom abschalten dann haben wir endlich mal Ruhe das ist so eine Kopfschmerzerei das könnt ihr euch gar nicht vorstellen also die Mission wäre normalerweise schon lange 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 vorbei jetzt kommt aber das große Problem kein Sibirium mehr die zanken sich jetzt in den letzten Rest das kann echt interessant werden ja 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 jetzt 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 Weg damit, weg damit, weg damit Ja, komm, das ist so lächerlich, ne? Anstatt, dass wir da hinfahren, nein, muss man ja nicht Strom ist weg Oh, Feuerler, Leute, komm, 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 komm Wie viel Geld die auch haben, ne? Komm schon, haut sie weg Es wird auch mal langsam Zeit, dass wir sie auch platt machen Wir sind ein bisschen hinterm Zeitplan Wir stehen hier voll im Feuer Feuer, 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 Feuer Wahrscheinlich der eine Wahrscheinlich der eine Ah, noch drei, Disruptor Wir gehen jetzt Können wir noch ein paar mehr bauen Auf die paar mehr, was sie sagen Hey, darauf kommt es echt nicht mehr an, ne? Das ist doch sowas so scheißegal Oh, Mann Unit ready, waiting for her Da ist alles weg, sag mal, wo kamen denn die ganzen Einheiten denn her? Kann man doch gar nicht erzählen, dass die alle hier gesammelt hat Gute Sprengkraft hier Unnormal wie stark die Dinger sind Komm schon Wir haben nicht mehr viel Wir haben es fast geschafft So, wir bauen ein paar Hoverpanzer Ach ne, hier Bisschen Flugabwehr Natürlich müssen wir auch hier wieder was kaputt machen Ganz der GDI Manier Zerstören sie alles Oh, kaputt So, verdudeln wir mal mit nach oben Ja, auch die Klamotten kaputt machen, ich weiß Oh, ich wüsste jetzt auch echt keine Empfehlung hier wie man da die Mission angehen kann Keine Ahnung Ich weiß es echt nicht Also ich hoffe, wir bekommen die Endsequenz Wenn nicht, dann wäre es ein bisschen blöd Aber ich glaube eher nicht Weil ich mache ja die Missionen separat alle einzelnen durch Nach der Liste durch Es wäre echt schön zu sehen, wie viele Einheiten wir hier verballert haben Das ist ja echt nicht feierlich So, hier unten noch irgendwas Es sind immer diese komischen letzten Strukturen Irgendwas hier im Wald, genau Hier ist auch noch was Alles schön und gut, aber Hm Hebs nicht ab Kein Bock mehr Gib's da auf Gut zu wissen Gut zu wissen Also das Spiel braucht wirklich ein bisschen mehr Balance Weil so Auf keinen Fall, das ist echt nicht spielbar Weil so auf keinen Fall, das ist echt nicht spielbar Ups Na, was hält das hier aus? Zu viel Wahrscheinlich unsterblich Geht doch nicht in den Strahl rein, Leute Ach, hier ist auch noch was Das meine ich Also du kannst nicht alle Not-Strukturen mal sehen So, das ist ja schon mal weg Sonst so irgendwas von Not-Basis hier Das war hier noch Kleine Stadt Ja Typisch GDI Wir schaffen neuen Wohnraum Ja, Herr Ja, Herr Ja, Herr Ja, Herr Ach, zählt das Das zählt wahrscheinlich auch dazu Weil ich sehe sonst hier nichts mehr auf den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Blick Kann sich aber immer noch was verstecken Und so müssen wir einmal hier oben lang gehen Ja, das war's Boah Jetzt bin ich mal gespannt Wir können es trotzdem 109% Missionseffizienz Ja, das hätte ich mir auch ein bisschen erwünscht Fast eine Stunde, Leute Eine Stunde für diese Mission Guckt euch das mal an Guckt euch das mal an Wie viele Einheiten wir verloren haben Wir haben 27 Gebäude verloren Wir haben 592 Einheiten verloren Wenn es das überhaupt Mich das überhaupt so richtig deuten kann Nehmen wir es mal so Not 139 und 836 Einheiten verloren Noch nie in so einer Mission gehabt Soweit ich hier sitze Das habe ich noch nie erlebt in so einer Mission Ihr dürft euch jetzt nicht hier wundern Wegen Mission 1 Das ist auf jeden Fall Mission Nummer 12 Eigentlich Nummer 9C müsste es sein Und 9B Ach du Schande Auf jeden Fall würde man sagen Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt Bis zum nächsten Mal Und bis dann Unsere Anzahl Die Sendung derri shortfall